Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir grüßen Sie, wir, die Weltmannschaft des heutigen Spieltages, unseren Gast von Kesterl und die Mannen vom 1. Metz überholen, Neunze-Dunner. Hier ist noch ein Helf, ergesse noch. Hupen! Gut, gut zuerst. Halt! 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 ...spielminute, Torschütze mit der Nummer 21. ...spielminute, Torschütze mit der Nummer 21. ...spielminute, Torschütze. ...spielminute, Torschütze mit der Nummer 21. 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 Ja, schön. Ja! 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 Die Linie, der passiert ja kaum, wird nur weglegen. Na, der ist auch fast weggelegt. 1-0 für Stuttgart, die Schalke ist Zweiter. Ausbilder und Ausbilder, das freu ich mich schon drauf. Rechte für Auszubildende kenne ich alle und Pflichten für Ausbilder kenne ich auch alle. Aber die rechte von den Ausbilder kenne ich nicht in die linke von den Ausbilder. Die haben Andi mit dem Schmutzern will ich halt ein Opel. Hochgehen! 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 Scheiss Mann! Wir kennen ja gar nichts! Hochgehen! Okay, jetzt los vorbei! Pio! 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 Ich war jetzt halt noch, als die Trommel noch da war. Ja, guck mal. Elay, auf der Treff! Ja! Was? Hey, guck mal. Da hat sich eine Rakete gestartet. Ja. Jürgen, Jürgen. Du kannst mich in der Arbeitslaube angeregen haben. Ich hab dich von Flender. Nicht von Flender. Ja, von... Peel. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Ja da! Super! Vielen Dank für's Zuschauen!